Das ist kein gutes Zeichen. Fantastisch. Wir springen da nicht runter. Das war schwer, aber geht jetzt erst runter. Was ist denn hier los? Gut, er ist tot. Ah, nicht schon wieder. So viel dazu. Wieso zum Flak ist das so zugekommen? Wieso zum Flak ist das so zugekommen? Wieso zum Flak ist das so zugekommen? Na, steck dir fest. Wie kommst du da rauf? So, eines schmeck. Greif danach. Das Schwert ist zu kurz. Treib ein Seil auf. Ja, und so schnell. Wo soll ich hier ein Seil finden? Keine Ahnung, aber ich sauf hier ab. Quill, unternimm was. Was sollen wir jetzt tun? Flak, Flak, Flak. Hände wirklich noch einmal super Köfte, aber... Quill! 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 Was ist zu? Nein! 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 Hä? Kann mir das mal jemand erklären? Meine Fresse. Jetzt müssen wir die ganze Katzen noch mal gucken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es dich! Was hast du bei Ihnen gemacht? Hexenwerk! Das ist so kalt! Rocket! Kann ich mal jemanden da ausholen? Interessant. Ne Waffenfähigkeit freigeschrottet. Da weißt du uns, was passiert ist? Ich weiß nicht, meine Blaster sind... Das hatte ich schon mal, da war ich noch ein Kind. Ich mach das nicht mit Absicht. Klassische Spar-Toy-Tech. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen und dann sowas. Hey, zeig doch mal! Lass doch mal sehen! Fick dich weg von den Waffen! Quill, ich will doch nur sehen, wie die funktionieren, sonst könnte es ja Gleichzauberei sein! Oder Hexenwerk! Leute, steck! Es geht wieder los! Bei uns Echos... Elementarschüsse. Du kannst das Blaster-Elementarschüsse ausrüsten. Drücke 1, um den Eis-Schuss auszuüsten. Das Symbol über den Gesundheitswelten eines Gegners gibt es die Stecker und über eines Elementars an. Elementarladungen regenerieren sich mit der Zeit und werden von besiegten Gegnern fallen gelassen. Aha. Ha! Instant Eiswürfel! Das, das macht Spaß! Wir freuen uns total für dich und deine Waffen, Phil! bis zum Beispiel an einsten! So lassen sie sich eurem der Deck besiegen. Wieso lassen sie sich eurem der Deck besiegen. Und wir lassen sich eurem der Deck besiegen. Oha! Oha! Das ist ein Dreck der Erde, kommt hin. Sie werden so vergehen wie die anderen. Auf den Gala zu schießen bringt nichts. Der äußere Dreck bietet nur der Abdeckung vom Kern. Lasst uns nicht mehr in Gele pfützen, Kai. Ich bin schon auf schwimmere Arten fast gestorben. Es wird mir Spaß machen. Da kommt man. Ich bin mein Bestes. Einfliehen. Au. So. Wir sind nah dran, aber wir müssen da raus. Ich glaube, wir können drüber klettern. Ding, ding, ding. Gebt dem Mann einen goldenen Stern. Finden wir heraus, wie wir da raufkommen. Sterne bestehen aus Wasserstoff, nicht aus Gold. Das wäre dann ein Planetoid. Kaum Energie. Können wir die Kanonen mit Muskelkraft rausziehen? Da ist ein kleines Loch. Vielleicht kann man von innen irgendwas lösen. Dreck, kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Sie ist sturer als erwartet. Unmöglich. Sie bleibt nicht in Position. Könntest du sie nicht ein bisschen länger halten? Versuch du doch sie ein bisschen länger zu halten. Dreck, kannst du's nochmal versuchen? Wieso? Sie verbleibt nicht. Ich arbeite daran. Vertrau mir. Wir brauchen einen Weg, um die in Position zu halten. Ich. Kati. Nicht ewig. Halt. Warum gibst du nicht nach? Weil sie an so einem Rutschstoßteil hängt. Bist du sicher, dass das der Fachbegriff ist? Ja, Drax, kannst du's nochmal versuchen? Okay, das Ding da drüber verteilen muss. Träumfliche Maschine! Ich. Geschafft! Vereindruckend, Peter Twill. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Drax, kannst du die obere Kanone rausziehen? Unmöglich. Sie ist zu weit vom Boden entfernt. Aha. Und dann komm ich hier hoch. Komm schon, Twill. Lass mich den Blick auf deine Waffen werfen. Nein, du wirst nicht an meiner einzigen Verteidigung herumbasteln. Gamora, kommst du an die Kanone? Schon, aber ich kann sie nicht rausholen, falls du das vorhast. Okay. Das ist echt. Knut, kannst du sie runterbringen? Mit Ranken oder so? Nein, ich bin nicht gut. Er sagt, seine Ranken sind nicht stark genug, um diese Dinger zu bewegen. Tja. Dann lassen wir uns sein, oder wie? Kehren wir um. Lockett, irgendeine Idee, wie wir die obere rauskriegen? Nicht aus diesem Winkel, nein. Auch wenn ich nie wieder so ein Schiff sehe, ist es noch zu früh. Zumindest darin sind wir uns einig. Tja. U. Nur fürs Protokoll. Ich habe im Krieg 4.675 Shitori getötetet. Du hast mitgezählt? Das ist eine Schätzung. Okay. Naja. Und während du Fußsoldaten erledigt hast, habe ich die ausgeschaltet, die das Sagen hatten. Schon mal von Groloks gehört? Nein. Wirklich? Wer ist dieser Kronoks? Warum ist das wichtig? Für mich ist es nicht wichtig. Aber etwa eine Million Shibianer schulden dieser verschlagenen Lady ihr Leben. Niemand schuldet mir was. Dafür hat es zu viel Spaß gemacht, ihn zu töten. Ich habe da nicht mehr verloren. Wäre es nur ein Dreckstier hochkommen würde und funkt ihr aus. Weißt du, wenn es um den Kampf gegen die Shitori geht, hat Drax auch ein paar große Kerben in seinem Gürtel. Er soll Warbringer erledigt haben. Warbringer ist nicht tot. Sicher? Sehr sicher. Wer war der Freak, den du getötet hast, Drax? Ich beschäftige mich nicht mit den Namen, die die Shitori einander gegeben haben. Tja. Keine Möglichkeit. Dann gehen wir wieder. Wir haben Kompass. Wir haben Kompass. Wir haben Kompass. Das ist geklappt. Ich habe doch... Ich habe doch mit eindeutig gefragt. Oh, ich habe gar keinen Bock. Das ist der Kontrollpunkt lang. Ich... Also ich... Also ich habe hier komplett nur so einen Fragen bei Rocket, ob der das lösen kann, aber das haben wir gemacht. Wir sind nah dran, aber wir müssen da rauf. Ich glaube, wir können drüber klettern. Ding, ding, ding. Gib dem Mann einen goldenen Stratx. Kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Rocket, könntest du dich vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Ja. Hallo, Shitori-Schiff, voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Beides Dinge, die du liebst. Ah, du hast recht. Das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Ah, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Alles okay da drin, Rocket? Rocket? Ich hab die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Shitori-Fleisch fressen. Rocket. Entspann dich. Entspann dich. Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und... nichts. Weißt du was? Schlag drauf! Ich spreng das Ding! Was? Moment! Denk an die Sprengfallen und... Das hat doch nur ein bisschen... Ich hab wirklich schon gucken. Oha! Oha! Nicht gut! Wirklich? Warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Ich könnte die... Wenn du mich nochmal anfasst, streife ich diese Klippen grün. Okay, okay. Wir werfen nicht, wir schießen nicht. Es muss einen anderen Weg darüber geben. Sehen wir uns einfach um. Lass mich raten. Sie hätte sich über die Schlucht gelegt und uns über ihren Rücken gehen lassen. Ich wollte sagen, sie hätte die Waldkreatur ohne Zögern geworfen. Aber dein Ansatz ist auch durchaus denkbar. Ah ja. Kommt gut nicht einfach. Wenn wir nicht rüber kommen, könnten wir vielleicht außen rum gehen. Such nach Ritzen, Höhen oder Spalten Leute. Mir ist als hättest du das schon mal gesagt. Allerdings in einem anderen Kontext. Wollte ich auch gerade sagen. Sollten wir nicht wenigstens eine Leine für unser Monster haben, so einer Infiltration ist sonst immer auch Schauspielerei dabei. Aber diese Lady Helden da sammeln sich auch nicht so. Ich weiß, ich geh nur ein bisschen auf Entdeckung. Haben wir das Ding schon ausreichend gemacht? Entdeckung ist bestimmt irgendein Code. Es bedeutet, er ist in die falsche Richtung gegangen. Um zu stur als zuzugeben. Dann ist Quill der größte Entdecker, den ich je getroffen habe. Oh, Schatz. Muss ich machen wir das von der anderen Seite. Ich geh auf die andere Seite rüber und... Ich müsste gut von der anderen Seite aus. Ja, ich verwandle nur Wasser zu Eis. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Was machst du da oben? Kundschaftersachen. Kundschaften. Sieht aus, als... Sollten wir auf die Festung zugehen und nicht davon weg. Ausgezeichnete Arbeit, Peter. Ah. Fantastisch. Jetzt bin ich so oben. Ich hab' ich mit einem Kreis gerannt. Was hat das denn jetzt gebracht? Ich hab' ich mit einem Kreis gerannt. Ich hab' ich mit einem Kreis gerannt. 5.863. Ungefähr. Mein Rechenchip ist defekt und liegt immer um 2 daneben. Wie viel ist 4 plus 2? 4. Haha. Wie viel ist 2 plus 4? 8. Und das ist unser Ingenieur? 2 daneben. 2 daneben. 2 daneben. 5. 6. Aua. Ist davon los irgendwas? Hier ist irgendwas in gesündigem Luft. Ich kann mal neben das Spiel machen. Da könnte man aber so vielleicht... Ich bin wirklich für manche Sachen echt zu blöd. Es war den Versuch wert. Ich bin wirklich gequetscht da. Ja. Ja. Sollte die S gucken. Hä? Ich dachte früher, der Nager hätte die beeindruckendste Schusswaffe in unserer Gruppe. Ich habe meine Meinung geändert. Kurz Eiswürfelmaschinen? Sie sind vielseitig. Aber meine Süße ... ... hat nach wie vor 17.000 verschiedene Mordkonfigurationen. Zum Beispiel ... Ich will nur ein paar nennen. Da wäre kill, großer kill, schneller kill, gestreuter kill, entfernter kill, krucken kill, oh oh oh, dreckiger kill, zauberer kill gibt's auch noch. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich muss gerade mal gucken. Okay, das Ding haben wir gerade von oben zerstört. Aber wozu haben wir ... wozu sind wir denn hier wogegekehrt dazu? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. So ... hier irgendwo ... Ah, hier gibt es eine Spalte. Leute, ich hab hier was. Es ist tief. Sieht vielversprechend aus. Wir haben kaum Bewegungsfreiheit, falls wir angegriffen werden. Wir werden nicht lange hier sein. Sieht jemand einen Durchgang? Wir machen einen, falls nötig. Riecht das sonst noch jemand? Ja, dahinter ist definitiv was Ekliges. Ja. Mhm, mhm, mhm. Man kann die Kraft zerstört werden. Wieso nicht? Wieso nicht? Drax? Drax? Kannst du das durch die Stinkwand schleudern? Ah, das werde ich wohl bereuen. Das ist ein ... ... beunruhigender Duft nach dir. Das riech wie damals, als Kruz sich übergeben hat. Richtig rot. Ich kneife selbst wisse Krass. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand? Da will ich einen Schritt zu gehen. Okay, das war ... Nichts für schwache Nerven. Warum sollte Lady Hellbender sie einsperren? Weil sie nervt wie eine Pelzlaus. Vielleicht auch als Vorrat. Wie ein Snack meinst du? Ja, ein Monstersnack. Wie sowas wohl schmeckt? Peter! Den können wir brauchen. Den Monstersnack? Den Käfig. Wir brauchen den Käfig. Wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen die uns doch aus. Schon was angewissen? Warum flüstert ihr? Ähm ... Gamora meint, das Monster nimmt man uns her, wenn es im Käfig sitzt. Problem ist nur, dass da schon ein stichsauberes Monster drin sitzt. Lass die Bestie frei, ich kümmere mich drum. Ja, das hat ihr letztes Mal schon super funktioniert. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist. Oh oh. Oh das ist ja. Mich! Dickekin ist wieder da! Dann sind sie zu zweit. Äh ... Shit. Und die versuchen den Käfig zurückzukriegen? Das ist kein Unterkäfig, ihr blöden Türen! Was? Ha ha ha! Ach, elf am Ende! Immer wieder nachdenk! Er wird zu ihm, Grax! Er wurde gesteilt. Der Sticker eines schlammest heißen Fotos lag ein bisschen auf. Du bist ein für den Wacken! Das große Spätschen ist echt ein Haferbrocken! Die äußere Schade erstreckt sich nicht, sich zum Osterbrocken! Oh nee, oh nein, oh scheiße! Rune! Gämpfe bleibt in Bewegung! Die Dinger sind schnell! Die Handlung auf alle Fragen zu holen! Ich hab's Houndel seine Katzen! Gut, ein Geist! Ach du Scheiße! Ich hab' den Runde geschubst! Kann Ihnen jemand sagen, dass wir nur auf der Durchreise sind? Doch nicht, dass sie zuhörn wird, Quill! Mach die Katze, ich glaube! Spare deine netten Worte für später, Quill! Was würde ich nur ohne dich machen, Rocket? Die Echsenkatze ist also praktisch unverhurtbar, unverteilt als im Schwarz? Peter Quill, wir fesseln mich gegen diese Nacken! Alles für dich, Crash! Das bescheiden! Achtung! Oh Mist! Ich werde los doch seiner eigenen Reise sein, ihr braucht keine Souvenirs. Weh das Ding um weg! Schlehen wir das Ding um und verursachen richtig ab! Verpasst uns zwei Gruß! Wir hören uns den Pfeffin! Vieses wird etwa von Wackheit zu den Freiheiten! Hey Gott, willst du ein Feuerwerk sehen? Na komm, drei! Drei! Drecks! Na komm! Das war nicht ganz so spektakulär wie gedacht, aber... Du kommst mit mir! Okay... Das ist aber ein klein Junge! Dann Gallat, dann schleimige, stinkende Kriegstollen! Und jetzt diese ganzen Monster! Ich hasse diesen verflagten Planeten! Du hast alles, Rockets! Stimmt! Aber vor allem die stinkenden, schleimigen Tunnel! Bei juckendem Fell ist meine Grenze erraten! Hey! Ich hab denselben Mist durchgemacht wie ihr und ich rieche großartig! Ha! Natürlich! Ist mein sexy Heldenmorschungs! So! Mach mir ne Brücke! Die Festung ist auf der anderen Seite dieser Klippen! Gut! Hilft uns mal da rüber! Das ist sicher der Weg! Aber ich wüsste nicht, wie wenn er problemlos raufkommt! Problemlos ist es! Ah! Eis! Ich nehme mal die Teilensemen! Ich hoffe, ich habe das so! Können hilfreich sein! Hat Seknav noch nie was von Straßen gehört? Dazu müsste man Teile des Dschungels roden! Und das würde wahrscheinlich teilen, der Fauna das Leben kostet! Okay, was ist dies? Outfit 5, Reiter der Glypse gefunden! So! Und... Aha! Gut! Kann jetzt furchtbar aussehen! Ach du Schande! Der soll ja auch monströs aussehen! Und noch andere Outfits! Nein! Die Lady Hellbänder auf höchst unangenehme Art zurückbringen! Das ist bestimmt nicht wahr! Von der Zeit, ich war jung! Ich wusste, dieses Jahr würde kommen! Mama, sie sagte, Son, you'll always be on the run! Your daddy was a man! A man people wanted dead! Now that storm's coming to you! A price hanging on your head! If bush comes to show... We'll bring hell down from above! Tonight we ride straight into the fire! Fight! Are you ready to go, go, go? We'll make our stand! Stand! Don't give a damn! Damn! This is our time to go from zero to hero! A man on the run! He's a ghost, he is no one! Thunder, when it comes, we'll bring with it many guns! Gypsy woman said! She said, boy, your time grows near! You can't run forever! Gotta stand and face your fear! If bush comes to show... We'll bring hell down from above! This is our time to go from zero to hero!